heros lp ist wieder am start und begrüßt euch zu einer neuen runde minecraft bad war auf dem goma hat die punkt netzwerber zusammen mit marius immer wieder in voller blüte kalu marius du bist hässlich weißt du das was in der westlichen welchen bringen sie mir natürlich auch welche pink baut sich gleich zu uns rüber machst du mir auch rüstung und so ein scheiß gut wir spielen auf der map tippies falls ihr es noch nicht gemerkt habt aber ich glaube nicht dass ihr so doof seid dass ihr das nicht mehr so neben schon gesagt habe ich weiß nicht ich weiß nicht was ich sage ich habe gold kommt ja ich denkst kommt pink so und kommt gar nicht doch die bauen sich in die nähe von uns aber eher mittig die tauschen plätze bring mir essen mit nachdem du den bogen gemacht hast soll ich mir einen guten bogen machen oder zwei bögen macht dir zwei ok alles klaro aber mach dir zwei nein nein ich habe jetzt schon zwei ein für dich ein für mich ja dann kommen in die mitte und schießt die leute runter ich gehe meine rüstung und alles hierhin sollte den bogen hier hinlegen ja dann rüste ich aber rüste dich aus ja gut ok wir haben schon einen richtig heftigen babo plan wir verteidigen einfach die mitte also so babo ist der gar nicht ok jetzt tauschen jetzt tauschen wir in die mitte warte ich brauche noch blöcke und noch ein bisschen essen und rüste ich komme gleich nur mal den bogen du hast den pfeil nicht du lappen auch noch essen ok wir müssen mitte halten dass das wichtigste mit welcher hand der linken oder rechten der war einfach richtig scheiße wie deine geburt die hat uns auch alle depressiv gemacht ok bogen skills das war aber richtig glück weißt du da kann getroffen habe ihn getötet hat du lutscher von super schluss und schluss und trösten aus bringst du mir irgendwann auch ein schwert mit wenn du genug hast ja gut ich habe nur so ich meine gold schwert also eisenschwert der blau versucht es wieder treffer direkt one shot er ist tot ha du nur kannst es einfach nicht wollen wir jetzt nicht mal langsam angreifen also team orange könnten wir leicht kriegen wahrscheinlich wenn du mir jetzt sachen holst alter kriegen wir ihn was glaubst du ja ja aber ich ne ich 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 mann nein ich mach ich dir mal aus Junge der tipp regt mich grad auf ja gut rot rot was ist mit rot da braucht sich noch einer wo baut sich noch einer diesen jungen wir sind ja zu die die sniper und nein oh man ich bin sniper wir sind sniper verdammt ich werde jetzt halt bitte ich hole gold und so was ich rüst uns aus ja mach wir sind ja richtige sniper ja aber das wird gehatet nachher komm nein nein na egal ich lass ihn lass ihn blau töten orange tot was ist denn das können die eigentlich nicht hast du ein 3er schwert sehe ich so aus als hätte ich irgendwas nein ich hab kein 3er schwert richtig eins der blaue vernichtet gerade rot hier nimm das ist danke gold apfel holt er mir einfach ich hab mir 13 ab und das gute muss ich dir ja auch geben ja ich kann ja auch gleich ein 13 ab ich hab mir schon wieder eingeladen schreibst du mir drauf was einer nein was ist das ich traf ihn nicht nein er springt einfach noch aus dieser 뉴스 ich treffe gerade nicht mehr ich weiß nicht warum was ist los ich hab ihn so getroffen okay so und dem blau ich baue mich jetzt mal zu türkis er zu pink der pink ist das dankeschön versuch jetzt einfach den blauen zu holen naja was heißt ein von den blauen einfach blauen bleibst du bei rot so lange nur ich traf die gar nicht du hast ja auch nicht die emilie power von daher kannst du immer getroffen in welchem gelände machen gar nichts es sind ja auch rote erwartet man da ich bin ich bei dir ich weiß interessiert mich das nein rasiere ich auch ja ich habe angst soll ich noch mal hinter die herkommen kannst du es wahrscheinlich besser obwohl ich weiß nicht wollen wir rein jetzt und attacke wo bist denn du hä ja ich bin da die ficken mich nein ich hole ich hole das bett ne das bett war doch schon weg ach ja ha nups ich hätte sie auch so getötet ich dachte das bett hätten sie noch deswegen war ich so langsam weißt du wir müssen jetzt aufpassen wegen den roten die haben fast ein dreck egal die haben kein gold die haben gold sie sind runter nein der hat einen bogen wer auf verdammt hast du eisen hast du eisen der kommt wer der loop oh shit oh der ist doch schon tot man und trotzdem habe ich ihn doch versuchen zu treffen warte ich nie trinke ich mache jetzt was anderes ich hoffe das funktioniert nein die haben unseren weg abgebaut kannst du mir deckung geben warte ich versuche grad was gehst du den er ist weg nein wo ist er das bin ich hat er sich weggepillt ja geh in die mitte schnell beil dich bei uns ist keiner mehr ich habe mich hin teleportiert oh er ist bei sich oh mein gott war das gerade knapp oh mein gott oh gott mit einer rush schon wieder er warst immer junge wie schnell wie sind die eigentlich in die mitte gekommen mit dem weg hier hast du ein bisschen gold für mich natürlich ich habe es gehört wie du es eingesammelt hast was ist sie denn machen in der perle zu teuer was zu teuer danach haben wir sie aber ich treffe ich treffe ja ich habe sie ja ich habe sie direkt im inventar und wenn du mir das schnell gibst habe ich noch gold äh noch goldäpfel Dingsabsorption oder wie das heißt ich bin getroffen ich bin getroffen waschen hier würde ich sagen ne pass auf aber ne er könnte jederzeit mit wo ist denn der andere rote keine ahnung weg die stehen beide in der welt so ok gut ich brauche ein bisschen davon so da kommt der eine ok gut endlich mal wieder getroffen alter so lange nicht mehr wow was soll denn das shit alter schießen runter oh nice ich hab ne idee ich nerv die jetzt ein bisschen ok stirbst du jetzt nein hol dir das Bett ich bin grad gar nicht bei dir hier wo bist denn du wo bist denn du wie das Bett einfach und der eine rusht weg oh das ist untergefallen ja ich hol ja ich hol lass dich mal lange halten ja ich hab ich hab das Bett ne lass die mal explodieren bitte erstmal lass die durch die explosion sterben warte 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 haben wir gewonnen hä wo ist der letzte der ist weg aber wo da warte wie ist er so weit weg gekommen er hat jetzt richtig viel gold ich mach Backport nach hause ich rush durch die Mitte ok warte wie weit ist er gekommen man ich hab keine ahnung er kann nur zu uns nein er ist zu pink weil pink ist er doch scheiße er hat so viel gold egal wir kriegen ihn noch wir kriegen ihn es wird lockerer wenn du jetzt wasch dann oh Gott nein 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 oh Gott ja du hast ihn ne ja locker ok GG Leute das war's da mit dieser Runde Bad Wars hoffe euch hat sie gefallen hat sie dir gefallen Marius geht ja ich war sowieso besser als du gut Leute haut rein schöne Woche noch ciao